hallo liebe community es war ein triple piece ich war einkaufen als erstes haben wir hier pommes von so einem händchenwagen dann habe ich mir bei der bäckerei teilschen geholt dann als nächstes equisacana schmerzt so wie dieser käse kuchen und nächstes hier zu cofresh sagen muss sagen dass sie sein sieht scheiße aus schmecken aber dennoch ganz gut früher war das viel besser mit dem Nilpferd oder was das war als nächstes hier diese nesquik snacks als nächstes milch schnitten und so guter schluss kinder pinguin lasst ein abo dann kommt auch in like tschau